So schön, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut und heute sprechen wir darüber, warum du alles in Beziehung mit dir machen lässt. Was dafür eigentlich die tiefere psychische Ursache ist und wie du aus dieser Dynamik endlich aussteigen kannst. Bevor das Video losgeht, wollte ich dich noch kurz einladen zum nächsten kostenlosen Coaching-Abend, der jetzt bald stattfindet, wo ich wieder deine oder eure Beziehungsfragen und auch Single-Fragen beantworten werde. Du kannst dich dafür, wie gesagt, kostenlos anmelden und findest alle Infos auf www.emanuelerk.com oder hier unter diesem Video. Wenn du dieses Video schaust, kennst du vielleicht genau diese Erfahrung, dass du in Partnerschaften immer das Gefühl hast, ich gehe hier unter, ich ertrage so viel, ich mache alles mit und irgendwie werde ich in dem Ganzen nicht gesehen. Dass du so ein Gefühl hast, wie verloren zu gehen in Partnerschaften, dass Beziehung für dich irgendwie auch bedeutet, hier geht es nicht um mich, hier geht es um die anderen. Und dass du wirklich Mühe hast, aufzutauchen mit deinen Bedürfnissen oder Wünschen. Beziehungsweise, dass du meistens die Erfahrung machst, wenn du dich zeigst, in dem, was du vielleicht willst, dass du dafür abgelehnt, abgewertet wirst und du so ein bisschen das Gefühl hast, ich kann das hier Ganze nur ertragen, alles nur über mich ergehen lassen. Und gleichzeitig aber dieser tiefe Schmerz, dass du merkst, ich komme hier nicht raus, ich kann nicht aussteigen, weil da vielleicht so viel Liebe ist für den Partner, weil da vielleicht auch irgendeine Form von Abhängigkeit da ist. Und so befindest du dich wie in so einem inneren Dilemma, es gibt kein Vor und Zurück. Und heute möchte ich mit dir dort mal tiefer reinschauen und dir vielleicht einen möglichen Ausweg zeigen, wie du schaffst, wirklich eine liebevolle Partnerschaft zu führen, in der du gesehen wirst, verstanden wirst und wo auch du auftauchst und wichtig bist. Zuallererst müssen wir verstehen, dass jegliche Beziehungsmuster, Dynamiken, die wir in Partnerschaften erleben, nicht einfach da sind. Das heißt, wir sind nicht morgens, wachen wir auf und auf einmal erleben wir genau dieses Muster, sondern es hat natürlich eine ganze Vorgeschichte, warum wir genau diese Dynamik hier in der Partnerschaft erleben. Und über diese Thematik, über die wir heute sprechen, die hat natürlich sehr, sehr enge Verknüpfungen auch hier wieder zur Kindheit. Denn um was es hier sich dreht, ist diese Frage, darf ich auftauchen in meinen Wünschen und Bedürfnissen? Da werde ich hier auch gesehen, werde ich hier auch für wichtig genommen. Das heißt, wenn ich mich zeige in dem, was ich brauche, wird darauf eingegangen, wird das erfüllt, wird das geachtet. Oder ist es so, dass ich eigentlich permanent eher Ablehnung erlebe in Partnerschaften. Und hier müssen wir natürlich wieder einen Exkurs in die Vergangenheit machen. Wenn Kinder auf die Welt kommen oder Babys, haben sie primär ein Bedürfnis nach Kontakt, aber auch besonders das Bedürfnis danach, überhaupt Bedürfnisse haben zu dürfen. Sie wollen sich zeigen dürfen in ihren Bedürfnissen und im Bestfall Erwachsene haben, die diese Bedürfnisse wahrnehmen und erfüllen. Als Babys sind wir wirklich daran gebunden, dass es ja jemand tut. Babys können nicht einfach sich selber was zu essen nehmen, eine Milch nehmen, weil sie irgendwie Durst haben. Sondern sie brauchen eine Mama oder sie brauchen einen Papa, die diese Schreie, die vielleicht da sind oder das Unwohlsein oder die Signale richtig interpretieren. Das heißt, wenn ich mich zeige in meinen Bedürfnissen oder protestiere, wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, sollte ich im Optimalfall Eltern haben, die darauf achten und daran interessiert sind, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und da geht es natürlich weiter. Das heißt, irgendwann wird ein Kind lebendiger, es beginnt sich zu bewegen, zu krabbeln, aufzustehen, die Welt zu erkunden. Und nun ist wieder die Frage, habe ich Eltern, die mich daran unterstützen in meiner Lebendigkeit, in meinem Wunsch, mich auch irgendwo autonomer zu zeigen oder meinen eigenen Weg zu gehen oder auch mein Nein zu sagen? Oder erlebe ich dafür Ablehnung? Die andere Variation ist, dass ich einfach Eltern habe, die gar keine Kapazität haben, noch zusätzlich für ein Kind. Viele Erwachsene sind grundauf überfordert mit sich selbst, mit ihren eigenen inneren Themen, mit Lebensumständen, in denen sie sich befinden, mit einer Partnerschaft, in der sie vielleicht sind. Dass das alles für sie bereits zu viel ist, sie davon schon so gestresst sind. Und dann on top kommt noch ein Kind oder ein Kleinkind, was auch noch was von ihnen möchte. Aber wenn ich keine Kapazität habe für das, was in mir ist, habe ich auch keine Kapazität mehr für ein Kind. Und beginne, das Kind abzulehnen in seinen Bedürfnissen. Und irgendetwas in dieser Form wird dir in der Kindheit passiert sein. Und das ist, was du erstmal für dich reflektieren kannst. Wie sehr hatte ich in der Beziehung zu Mama und Papa die Möglichkeit, in meinen Bedürfnissen aufzutauchen? Es kann aber auch sein, dass ich Eltern hatte, die eher aggressiv waren, mit denen es gefährlich war, die bedrohlich für mich waren. Auch dann habe ich Angst, mich verletzlich zu zeigen oder aufzutauchen in meinen Wünschen und Bedürfnissen. Und dann beginnt die erste intensive Form von Prägung, die wir dadurch haben. Nämlich, du bekommst die Verknüpfung, hier ist kein Raum für mich da. Und wenn ich mich in meinen Bedürfnissen zeige, kann das überfordernd werden für Mama oder Papa. Oder es wird bedrohlich und sie beginnen, mich abzulehnen dafür. Das heißt, du bekommst innerlich die Verknüpfung, Bedürfnisse haben ist etwas Schlechtes. Irgendwie aufzutauchen, etwas zu wollen, ist etwas Schlechtes. Und beginnst es Stück für Stück in dir zu unterdrücken. Kinder haben nicht viele Möglichkeiten, mit solchen Schwierigkeiten umzugehen. Und letztendlich wählen deswegen die meisten unbewusst einen sehr effektiven, aber auch Extremweg, nämlich die eigenen Bedürfnisse und Wünsche vollkommen runterzuschrauben. Und nicht mehr die Frage zu stellen, was will ich, sondern was wollt ihr von mir. Und wenn das dann meine Hauptausrichtung wird, ich mich immer mehr in das liebe Mädchen verwandle, der liebe Junge, werde ich später in Partnerschaften genau das erleben, was du vielleicht gerade erlebst. Genau wie es dir vielleicht gerade geht. Nämlich, dass du dich in Partnerschaften befindest und das Gefühl hast, ich habe hier keinen Platz. Ich werde hier einfach nicht gesehen. Immer wieder dieser Schmerz darüber, immer wieder der Konflikt. Und du hast das Gefühl, diese Beziehung kann nur Bestand haben, wenn ich eigentlich am besten meinen Mund halte, wenn ich mich weiter zurückhalte. Und das ist natürlich etwas, was man zeitweise vielleicht noch aushält, aber was auf Dauer vollkommen ungesund wird für dich und natürlich auch für die Partnerschaft. Das Traurige ist, dass wir häufig dann genau die Tendenz haben, ähnliche Partner oder Partnerinnen anzuziehen mit ähnlichen Thematiken wie die Eltern in der Kindheit. Das heißt, es kann sein, dass du vielleicht einen Partner anziehst, der auch keine Kapazität ist für dich erstmal. Ein Partner, der selber komplett gestresst ist mit seinem Leben, überfordert mit seiner eigenen Situation, vielleicht gesundheitlich etwas hat, vielleicht psychisch und dadurch halt einfach kaum Raum hat für dich. Und du immer wieder die Reflexion bekommst, hey, du bist mir zu viel, ich packe das nicht, lass mich, lass mich in Ruhe. Oder vielleicht auch einen Partner, der eher so eine sehr dominante Struktur hat, der immer sagt, ich bestimme das, hier geht es um mich. Das drückt ja vielleicht gar nicht so direkt aus. Aber subtil ist, dass die Botschaft, die du die ganze Zeit bekommst, ich will hier entscheiden. Beide haben natürlich auch ihre Thematiken darin, worauf ich jetzt hier nicht zu sehr eingehen will, aber du bist genau das Gegenstück dazu. Das heißt, ich beginne immer weiter, mich, meine Wünsche und meine Bedürfnisse wegzuhalten, zu unterdrücken. Hier gibt es eine kleine Unterbrechung im Video, weil ich habe noch eine Einladung für dich. Wenn du merkst, diese Themen begeistern mich und du kannst dir vielleicht selber vorstellen, in dem Bereich als Beziehungscoach zu arbeiten oder du möchtest dich in dem Bereich weiter fortbilden, dann habe ich genau das Richtige für dich. Nämlich die Ausbildung zum zertifizierten Beziehungscoach. Denn daneben, dass ich natürlich Klienten als Beziehungs- und Paarcoach begleite, bilde ich schon seit mehreren Jahren mittlerweile weit über 100 Beziehungscoaches aus. Also wenn du mehr Infos zur Ausbildung willst, schau einfach vorbei auf www.emanuelerck.com slash Ausbildung und vielleicht bist du dann in der nächsten Ausbildung dabei. Und nun ist das Wichtige, immer im ersten Schritt diese Dynamik zu erkennen, dass wir rauskommen aus, so ist halt Beziehung oder so sind halt meine Partnerschaften, so ist halt mein Partner, sondern ich kann vielen Menschen erstmal raten, wirklich diese Meta-Ebene einzunehmen und mal wirklich zu erkennen, warte mal, hier lässt sich ein Muster sehen. Aha, hier gibt es ja irgendetwas in der Abfolge, die immer wieder passiert. Weil indem wir das endlich aufschlüsseln und entdecken, bietet das zuallererst den Raum, dass es ins Bewusstsein kommt und dann haben wir auch eine Möglichkeit, etwas daran zu verändern. Wenn du das Gefühl hast, du bist dem ausgeliefert, weil deine Beziehung ist halt so, dein Partner ist halt so, du bist halt so, ja, dann kann sich sehr, sehr schwer etwas verändern. Aber wenn du siehst, das Ganze hat einen Mechanismus, dann beginnt natürlich auch die Frage, warte mal, wie kann ich dieses Muster verändern? Wie kann ich dort reingehen in das Ganze? Und hier ist natürlich der erste wichtige Schritt, mal zu gucken, warte mal, was ist im Ursprung passiert? Was hat es für mich bedeutet, aufzutauchen, Wünsche zu haben, Bedürfnisse zu haben? Was habe ich da erlebt? Und der zweite Schritt, das ist das Grundgefühl, was abgespalten wird dadurch, nämlich wir spalten unsere Wut in den meisten Fällen von uns ab. Wut ist nämlich ein Gefühl, was primär auch dafür da ist, Grenzen zu setzen, aber auch uns dafür einzusetzen, was wir wollen, also etwas in Angriff zu nehmen. Habe ich aber Eltern, die keinen Raum für mich, für mein Wollen, für meine Bedürfnisse haben, werde ich die Wut in mir unterdrücken oder die Wut sogar vielleicht als etwas Gefährliches erleben, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht gut, wütend zu sein. Ich sollte möglichst nicht wütend sein. Der Entwicklungsschritt ist aber hier wieder Zugang zuzufinden, und das kann schwierig sein, ja, gerade wenn ich das sehr von mir abgehalten habe oder abgespalten habe. Aber hier geht der Weg lang, mir immer wieder die Frage zu stellen, was will ich hier an der Stelle? Und darin sichtbar zu werden und aufzutauchen. Und hier beginnt dann meistens die Schwierigkeit innerhalb dieser Beziehung, weil du triffst auf jemanden, der ja meistens dich gar nicht so kennengelernt hat, sondern dich kennengelernt hat als jemanden, der eher die Tendenz hat, Ja in den Arm zu sagen oder eher sich anzupassen und dadurch halt wenig Raum hat für deine Individualität, für deine Bedürfnisse, meistens selbst einfach damit überfordert ist. Das heißt, wenn du dort beginnst, in der Beziehung dich so zu zeigen und nicht mehr immer dem gleichen Muster zu folgen, wird das zu Irritationen oder auch zu Konflikten führen. Und das wird eure Beziehung potenziell strapazieren. Und man kann nicht immer garantieren, dass eine Beziehung durch das Ganze durchgeht. Wenn der andere nicht bereit ist, sich anzuschauen, warte mal, warum fällt es mir so schwer, auf dich einzugehen? Warum fühle ich mich so bedroht von deinen Bedürfnissen? Warum fühle ich mich davon so überfordert? Wenn derjenige sich nicht bereit ist, diese Fragen zu stellen, dann wird die Beziehung kurz oder lang gegen die Wand fahren. Aber ich mag dich auch hier mal wieder daran erinnern, das ist nicht das Ende. Wir sollten nicht uns selber, alles in uns unterdrücken, nur damit Beziehung erhalten bleibt. Sondern der gesunde Entwicklungsprozess ist, von Menschen immer mehr wirklich zu seinem authentischen, wahren Selbst zu finden. Wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Und daran aufzutauchen. Und dadurch halt eine Beziehung zu irritieren, aber sie auch im besten Fall mehr in eine Beziehung zu lenken, die sich ja für mich eher stimmig anfühlt. Und manchmal ist es nicht die Beziehung genau mit diesen Menschen. Das ist eine Option, die wir anerkennen müssen. Es kann aber sein, dass ein ganzes System dagegen rebelliert. Dass du denkst, oh Gott, bloß nicht das. Es muss doch auch irgendeine Lösung finden, in der wir zusammenbleiben können. Gibt es vielleicht auch, das kann ja auch keiner sagen. Aber es muss sich diese Angst angeschaut werden. Weil hier sind wir wieder in der Verknüpfung mit dieser Kindheit. Wenn wir so Angst haben, einen bestimmten Menschen zu verlieren und sogar bereit sind, uns und unsere Bedürfnisse und so weiter vollkommen wegzuhalten und zu unterdrücken, nur damit diese Beziehung zu den Menschen bleibt, dann bist du gefangen in einer kindlichen Spirale. Bist du gefangen genau in dieser Spirale wie Kinder, die alles tun, damit Mama und Papa bleiben. Kinder, die alles tun, um von Mama und Papa nicht verlassen zu werden. Das gleiche Spielchen ist das, was dann bei dir beginnt oder was in dir auftaucht. Und das ist auch wichtig, das zu sehen. Fühle ich mich eigentlich erwachsen, in diesem Bedürfnis, mit diesem Menschen zusammen zu bleiben? Oder ist es eigentlich was Kindliches? Eigentlich nur Ängste, weswegen ich mit diesen Menschen zusammen bin. Ängste, was kommt danach? Angst davor, allein zu sein. Angst vor den Konsequenzen einer Trennung. Und das ist der zweite Part, wo es wichtig ist, hinzuschauen. Und häufig, gerade wenn da in der Kindheit solche Erfahrungen gewesen sind, dass die Trennung bedrohlich war und so weiter, braucht es Unterstützung. Dann braucht es häufig auch jemanden, der dich an die Hand nimmt und dich begleitet, genau in dieser Thematik. Und nochmal, mir ist es wichtig, eine Trennung ist nicht die einzige Option. Es gibt auch viele Entwicklungsoptionen für solche Paare. Aber was man häufig eben nicht kontrollieren kann, ist, ob der Partner zu bereit ist. Und manchmal ist es auch so, ehrlich gesagt, dass je mehr wir sagen, ich mache das Ganze nicht mehr mit und sogar diese Option von, okay, im schlimmsten Fall sind wir nicht mehr zusammen und ich bin auch bereit, da hinzuschauen und diese Option wahrzunehmen, dass häufig dann in dem anderen was aufbricht. Das andere sagt, okay, warte mal, bevor wir jetzt auseinander gehen, schaue ich hin. Glaubt mir, ich habe das sehr oft beobachtet und erlebt mit Klienten, dass häufig, wenn einer von beiden gesagt hat, okay, jetzt ist es vorbei, ich mache so nicht mehr mit, ist das wie so die Bombe gewesen, die in dem anderen wirklich was geöffnet hat. Dass der andere gesagt hat, okay, warte mal, ich glaube, ich muss hier was verändern, das kann es nicht sein. Und deswegen dürfen wir nicht Angst haben, auch vor diesen Schritten, weil häufig dadurch auch sehr, sehr viel in Bewegung kommen kann. Also, wenn du dich angesprochen fühlst und merkst, ah ja, das ist eine Thematik, die wirklich was in mir auslöst, lade ich dich von Herzen ein ins Coaching. Wir begleiten dich immer über mehrere Monate durch den Coaching-Prozess, wo wir genau dieses Thema angehen, wo wir genau gucken, welche Sachen stecken dahinter, wie entsteht diese Dynamik, wie verarbeite ich das, wie entwickle ich mich mehr und mehr zu einer Frau oder zu einem Mann, die wirklich authentisch sie selbst ist oder er selbst ist in Partnerschaften und bereit bin für alles, was dadurch in Beziehung auftaucht. Dass ich nicht mehr von Verlustängsten bestimmt bin, von permanenter Selbstunterdrückung, sondern wirklich ich sein kann. Und so mir auch eine Partnerschaft und einen Partner in mein Leben ziehe, der dafür genau Raum und Kapazität hat. Dass das jetzt für mich als Erwachsener eine Option und eine Möglichkeit ist. Das wünsche ich dir von Herzen. Und wenn du daran begleitet werden willst, findest du alle Infos auf www.immanuel.erg.com slash Coaching. Dort kannst du dich gerne eintragen, kriegst alle Infos zum Coaching. Da machen wir sowieso erstmal ein Beziehungsanalysegespräch, um dich kennenzulernen, deine Situation nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Wenn denn alles passt, starten wir gemeinsam in die Coaching-Reise. Also wie gesagt, alle Infos findest du auf www.immanuel.erg.com oder hier unter diesem Video. Ansonsten teile gerne dieses Video mit allen Menschen, für die es wichtig sein kann. Für Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken wie du. Als kleiner Weckruf, als kleiner Erkennnis. Ah, okay, deswegen habe ich das. Und was ist eine Möglichkeit, wie ich damit umgehen kann? Like dir dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Und abonniere natürlich den Kanal. Es ist vollkommen kostenlos, damit du kein Video mehr verpasst. Und ansonsten freue ich mich drauf, dich dann nächste Woche wiederzusehen im nächsten Video. Ich wünsche dir bis dahin von Herzen. Alles, alles Liebe. Dein Emanuel. Alles, alles Liebe.